Mit anpacken, das wird auf Schalke gerne gesehen. Und für seine Entwicklung geht Hamza Mendil gerne weitere Wege. Unser Neuzugang ist froh, auf Schalke zu sein. Ich bin sehr zufrieden hier. Es war der perfekte Zeitpunkt für mich, um aus Lille weiterzuziehen. Schalke gibt jungen Profis häufig eine Chance zu spielen. Ich will mich hier weiterentwickeln. Und das natürlich mit unserem Coach Domenico Tedesco. Gerade von ihm hält Mendil viel. Er glaubt fest daran, dass der Linksfuß unter dem neuen Trainer weitere Fortschritte macht. Das Projekt hier auf Schalke mit den vielen jungen Spielern interessiert mich total. Der Coach weiß, wie man mit jungen Spielern umgehen muss und sie entwickeln muss. Ich hoffe, dass ich besser werde. Die Bundesliga ist eine große Liga und noch dazu haben nicht viele Spieler in meinem Alter die Möglichkeit Champions League zu spielen. Diese Chance habe ich hier. Ich werde alles für die Königsblauen geben. Hamza hofft sich hier schnell einzuleben. Ein guter Grund dafür ist Amin Arit. Die beiden kennen sich aus der Nationalmannschaft Marokkos und waren zusammen bei der WM. Es tut gut, ein bekanntes Gesicht in der Mannschaft zu haben. Ich kenne Amin schon sehr lange. Er ist wie ein Bruder für mich. Ich denke, dass er mir auch gut bei der Sprache helfen kann. Er wird mich immer unterstützen.